Und Ton ab! Kamera ab! Also pass auf, Chip. Äh, Kid! Ja, du musst es fühlen. Es ist kalt, es ist grau. Du trinkst deinen Pelz. Und dein Casting-Partner ist ein namhafter Hollywood-Star. Ach echt? Wer denn? Und Action! Halt, Brüder! Die Bestie wittert eure Angst. Drache, zeig dich sofort! Entschuldigung, äh, ich finde das hier im Skript nicht. Sollte er mich wirklich umstoßen? Mein Freund, du bist dran. Du musst einfach nur auf diese Markierung springen, wenn ich sage... Nein, 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 nein. Zurück mit dir. Ich hab dir nur dein Stichwort gesagt und das ist... Ah, nein, okay. Sei ehrlich, ohne Zahn, komm ich zu grummelig rüber? Puh, ich frag mich nämlich meistens nur, wo meine Schlüssel gerade sind. Brüder, nicht alle werden den Tagesanbruch erleben, aber... Drache, zeig dich sofort! Ohne Zahn? Nein! Nein! Schmuck es aus! Schmuck es aus! Mittagspause! Das Catering ist Spitzenklasse, mein Freund. Hier ist ein Lachs für dich! Irgendwie verstehe ich meine Rolle nicht so ganz. Erst wenn ich tot, dann wieder nicht. Niemand weiß, wer meine Mutter ist. Brüder, wir haben gut gekämpft. Wir haben hart gekämpft. Und wir müssen so lange weiterkämpfen, bis unsere Feinde besiegt sind! Ohne Zahn dürfte ich dich. Kann ihn bitte jemand sauber machen? Nein! Ja! 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 Ja!